So, da hatte ich gerade ein kleines Station-Schutz-Problem. Mit dem Aufnahmeprogramm. So, ich glaube, ihr habt nichts verpasst. Zumindest nicht viel. Erkunden! Ich laufe einfach durch, ne? Rucksack enthält Beute. Vom Geh. 250, 500. 500. Ja, hier, ne? So, zack. Auf ein Gold, eh, was ich mitbringe. Nice. Ich habe eins zu viele Fackeln mitgenommen, ich volltrottel. Mit irgendwie 18 Fackeln ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Bisschen sehr. Und ich finde die auch noch Fackeln. Ich bin überrascht bei 66 Licht. Alle ausgewichen. Nice. Nice. Und alle wieder sitzt. So, die Heile ankotzen. Das muss man machen, so. Das gehört zum Ton jetzt bei den Schweinen. So, und du gehst mal zurück. So. So. Was ist mal das für ein Kotzvieh töten hier. Und warm. In einer Crit. Das ist ja Stress schade, wie schlimm war es irgendwas sonst. Und wieder ausgewichen. Schade. Die beiden vergiftet. Yay. Gift nämlich alles Leben von dem Vieh mit dem Tod. So. Heilung. Brauchtensweise auf den, weil der halt viel Leben verloren hat. Nice. Und der auch. Und noch mehr Fackeln. Okay, das Spiel bewirft mich aber auch gerade echt mit Fackeln. Krass. Okay, 90 Prozent sind immer noch alle bis auf einen. Wie es scheint. Mensch, erhaft. Okay. So, 113 zu entschärfen. Die Chance ist ja nicht so. Wuhuuu. Ins Dorf zurückkehren. Das gab ordentlich Kohle. Und viel zu viel Essen war dabei. Und Schlüssel hab ich auch viel zu viel mitgenommen. Hey, ich hab die 20k geschafft in der einen Runde. Und, ja. Fünf Bilder. Vier Helden-EP. Dadurch hab ich Road Fader of Level 3. Schleichende Husten. Na toll. Natürliche Heilung. Widerstand gegen Bluten. Stressschaden, Belicht, nur 26. Heilerfähigkeiten, wenn im Lager. In time, you will know what tragic extent of my failings will. Ja, okay. Nice. So, hattest du jetzt nicht. Hier. Säufer will nur Trinken besessen von Heiligkeit. Werden waren jetzt krank geworden. Hier. Schlechte Rüsten und Tollwut. Schleichende Husten behandeln. Wir dürfen nur gegeißelt werden. Minus Crit. Säßen von Heiligkeit. Äh, plö. Bis jetzt alle durchgehen. Die Menomanie. Die Psyomanie. Jetzt ist lang nach Alkohol. Ach, Lüdi. Vielleicht würde ich Gronkh mal irgendwie, ne? Ja. Gronkh. Und zwar Sehschwäche, weil du machst ja nicht Fernkampffähigkeiten. Wenn du mal angreifst. Hier ist Schaden in der ersten Runde. Achso, hier wollte ich die Tollwut heilen bei Bram, weil er sonst echt nichts trifft. Manche von meinen Leuten sind schon echt ein bisschen krank. Also. So, was würde ich denn jetzt mal als nächstes angehen? Acht findende Briganten. Moment mal, mir fehlt da noch was ein. Kann ich nicht auch verkaufen? Weil sowas hier. Umschaltverkauf, also so was. 150. Ernsthaft? Das bringt ja fast nichts. Sehr selten. Das ist sehr selten und bringt fast nichts. Baristas Kopf. Junias Kopf. Hä, das bringt 1000 und das bringt 150? Ernsthaft? So, sowas bringt 1000? Das bringt 150? Irgendwie ist das ein bisschen verbuggt, ne? Fehlt da vielleicht eine 0 oder 2? Buch des Zorns. Plus Schaden bei Lippemius. Widerstand gegen Blut, minus Widerstand gegen Öfer. Ne, sowas wollen wir nicht. So, ähm. 8 findende Briganten. Prinz der Schweine. Hier kriege ich Schloss Zerbändigung. Das hab ich glaube ich schon, oder? Ja, das hab ich schon. Plus Abwehr, plus Maxiple, minus Schaden, plus Stressschaden. Ne, das ist das der einzige geile Scheiß. So. Prinz der Schweine. Gift fand ich so geil. Gift fand ich so geil. Im Labyrinth. Bluten geht ganz gut. Kann ich dich näher nehmen? Lass da hin. Ja. Das sollte ganz gut gehen. Ähm. Nach Stufe sortieren mal bitte. Piet könnte ich mitnehmen. Aber das Tank. Ich hab keinen Zweier, wenn ich wirklich mitnehmen will, glaube ich. Aber der Gift war wie gesagt nicht so geil. Den kann ich glaube ich nicht reinnehmen. Ne. Die Frage ist, will ich damit in Stufe 1 sein? Jetzt will ich eigentlich auch nicht doppelheiler gehen. Kann nur den nehmen. So, wir müssen mal Stress sortieren. Wir hatten ja richtig viel Stress. Der Fox geht eigentlich halt 46 Stress. So, Elfer will im Dorf nur trinken. Na dann. Gehst du mal eintrinken. Und jetzt mal nach Glas sortieren, nach Aktivität sortieren. Ah, dann hab ich die ganz oben. Sehr gut. Crit Grundwert. Gewindigkeitsgrundwert. Gehen auch hoch. Ja. So, Duck Nowhere. Der hatte hier noch gar nichts. Der ist mir auch klar, warum der so auf die Fresse kriegt. Der hat schon... Piedel. So. Und da sind die Upgrades durch. Für das Team, was ich jetzt mitnehme. Ja, toll. Das ist okay. Ja, ich kann auch nicht ganz vorne stehen. Was machen? Das ist nicht so schlimm. So. Den Boss Prinz der Schweine gehen wir an. Mittel. Im Labyrinth. Zwei. Zwölf. Zwei davon. Heilkräuter. Zwei. Mantagen. Zwei. Fackeln. Zehn ungefähr. Wo müsst ihr so hinkommen, denke ich. Dann hab ich noch ein bisschen Platz, um was mitzunehmen. Schaufel habe ich. Ginge, brauche ich nicht. Oder? Ja, wenn ich doch mal viel erwischt kriege. Das habe ich, das habe ich. Schlüssel habe ich. Fackeln habe ich. Ja. Dann. Aufbrechen. Okay, der hat uns gerade erzählt, dass Dämonen, die wir beschworen werden. Das Dämonen, die beschworen werden, eine genaue Präzision brauchen und eine Hülle und man genau wissen muss, wann man was machen muss, so ungefähr. Das war, glaube ich, der Haupt. Ja, der Hauptwiedergabe. Ich bin dumm. Ich bin dumm, aber er hat nichts gemacht. Nice. Ein ausgewichener Widerfaller, glaube ich. Was für mich wenig Sinn ergibt, aber ist okay. Au. Ach, doch nur ihm. Nice. Hier, hättest du ja Knoten. Gib ihm. Was macht er denn noch Schaden? Hier, 5 bis 11. Die macht vor allem ihren Tritt und Missionen hintereinander, ne? Sie ist von der letzten Missionen mit weniger Stress zurück, als er hingegangen ist. Ist auch geil. Nice. Wohl für vier Schaden pro Runde. Ja, nur für einen. Ihr macht kaputt. Oh, der lebt ja noch. Ich dachte, der stirbt daran. Ist nicht schlecht. Halt mir nochmal sinnlos. Nehme ich gar nicht. Mit Stress eingefangen, wollte ich schon sagen. Mit wem sehen die euch jetzt auch besser aus, so? Hm. Komm ich mir an das ja. Das sieht schick aus. Kann man hier ein bisschen umstellen. Wenn da ein bisschen andere Bilder zu sehen sind. Wie kann der eigentlich was verfahren? Kann der denn haben? Kommt, dass sie doch geil aus. Und hier. Komm her. So. Shardy. Äh, hier. Schlüssel. Mitnehmen. Das geht schon. Mach mal nicht so eine Panik. Das kann ich wirklich viel AOE-Dimage. Meine Fresse jetzt. Ausgewichen. Schade. So. Kommt sogar noch einmal dran. Von dem. Hab ich nicht getroffen. Hab einmal. Kommt. 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 6